Warte, lass erst noch ein Paketchen zu. Ich will aber kein Paketchen. Aber wie sollen wir das Geld generieren? Aber ich will kein Geld generieren. Die Welt ist so materiell geworden. Als könnte man damit alles kaufen, das will ich einfach nicht. Ich möchte meine Sachen im fairen Handel, auf einem Bauernhof, selbst suchen. Die Pferdekacke abwischen und meine Pferdeäpfel dann genüsslich verzehren. Ja, hier ist noch eine Kiste. Wo musst du sie hinbringen? Also ich habe eine Kiste, die muss nach Riverside und die andere nach Westfew. Nach Bibberside. Bibberside ist sehr weit. Die sind bei Clubisch immer weit, oder? Die Kackdinger, die Pakete. Also manchmal, ich suche halt hier dann voll lange rum in dieser Zone und dann finde ich manchmal eine für Lakeside. Und Lakeside ist ja wirklich fast nebendran. Aber das bringt dann auch nicht so viel. Aber hier vom Lakeside oder vom Museum bis hoch zu Westfew zu laufen, das ist schon echt hart. Das ist schon ein Riesenstück. Da wird man dann dreimal gekillt, bis man angekommen ist. Der eine beobachtet mich, der mit dem Komma. Ich glaube, der wartet nur drauf. Ah, ich sehe dich. Dass ich die Zone hier verlasse. Aber der scheint... Waffe? Ja. Ein bisschen und sogar was Fettes. Dann zieh doch mal deine Waffe. Und zeig sie ihm mal, die Pimmel. Knall die Schlumpen ablaufen. Brrrrt. Der sieht echt hart aus. Der hat auch schon so ein Ding. So ein Tuch im Gesicht. So ein Ghost. Das wird ein Spucker sehen. Oh, er ist weggerannt. Schnell raus hier. Es wird mir zu gefährlich, Lahn, hier in diesem komischen Zone. Der guckt uns immer noch an. Warte, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung wir rausgehen. Am besten wieder da hinten. Wir rennen sofort wieder rein, falls das Feuer eröffnet. Das wäre jetzt so ein richtiger Schniedelsinn, wisch. Der ist wohl stehen geblieben, der Kerl. Okay, dann aus hier. Können wir nochmal ganz kurz von hier beobachten, ob er uns jetzt hinterher leuchtet? Ich guck mal kurz. Den nicht mehr. Ist der schon draußen? Nicht ganz. Ah, an der Grenze. Ich decke hinten alles ab und guck mal, was von hinten nachkommt. Die Safe Zone hat gepresst. Bitte, die Region zu schaffen. Der Safe Zone will be Pimmelwarze. Oh nein, ich will keine Pimmelwarze sein. Geh mal. Okay, ich bin draußen. In welche Richtung musst du für dein Paket? Oh, Scheiße, komm. Shit, wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder rein. Ich hab gebocken. Ach, das ist der Pisser von vorhin. Sollen wir den einfach fertig machen? Ja, mach mal fertig. Wir haben jetzt Ketan. Alter, scheiße, ich kann nicht schießen. Ja, noch nicht, noch nicht. Er greift da noch nicht an, aber gleich. Oh mein Gott, er hat mich in der Aggro. Ach, drücken, dass ich dich nicht treffe? Und jetzt, bam, 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 bam. Komm schon. Ich kriege nicht. Wollte Fick erwischt. Neben mir. Oh, yes. Huh. Ich glaub, der Einschlag war der vernichtende. Ach, sag mal ganz kurz rein. Nicht, dass der Kerl uns jetzt dann gerade gehört hat. Ich guck jetzt, was ich bin Level 4. Ich bin 4. Ich bin, glaub ich, immer noch Level 2. Ich bin, glaub ich, mehr Lass. Der Server lernt, wenn man looten kann. Und ist able to pick up a shit in your pants. Ah, hier gibt's was, dass man das Essen anscheinend besser verwertet. Das mach ich mal. Okay, ich bin, ich bin aufgelabelt. Wir können gehen. Let's go. Oh, bevor's dunkel wird. Let's go, like a hole. Fühle ich mich voll mächtig hier mit dem, mit dem Katerne. Da vorne ist hier ein leuchtendes Auto. Wir wissen jetzt, was ist es bei leuchtenden Autos oftmals. Echt? Ne. Ne, ich weiß nicht. Oh, ich habe Angst, brä. Ich bin wirklich schade, du weißt? Ich bin schade. Ah, ein leuchtendes Auto. Eine Tankstelle. Ist das so ein Militärbereich hier? Da liegt was in der, in der, in der, da drin, im Bereich. Das ist nur die Leuchte, Jan. Nein, ich habe Zigaretten gefunden, hey. Du findest immer Zigaretten, ich habe noch nie Zigaretten gefunden. Ah, liegt noch mehr, die hast du jetzt auch. Ich habe die Zieren eigentlich gar nicht. Ah, das ist ein Militärpack. Nein, keins. Schade. Hast du dir mit Zigaretten aufkommen, Jan? Wirklich sehr, sehr schade. Nein. Äh, ne, hebst du mal auf. Ich habe die gar nicht gesehen, gerade. Ich bin dir Johnny. Ich mache hier das Türmchen hoch. Da müssen dir irgendwie fast keine Viecher. Und das ist nichts. Hier, 9mm. Munition. Hobbits, wo ist es? Wenn ich jetzt noch eine Waffe finde, bin ich zufrieden. Okay, lass mal. Sieht man auf der Tankstelle, äh, sieht man auf der Tankstelle, wo Karten sind. Genau. Sieht man auf der Karte, wo sich Tankstellen befinden? Nein. Tankstellen sind, glaube ich, eine recht gute Adresse, wenn man was sucht. Wenn man kacken muss. Was ist denn scheiße, das hier, das hier nix, äh, das ist ja ganz oben was? Nein. Ich habe jetzt nur wieder Munition gefunden. Noch nicht mal Medipack. Ich bin hier schon hier verbessert. Ich bin hier gerade in so einem schrägen Gebäude drin. Da bin ich gerade über dem Müll so ein bisschen hoch. Das nochmal abchecken. Wo sind Waffen, wo sind Waffen? Ah ja, ich sehe gerade diesen, diesen Müll. Ah, hier sind wieder Zelte. Wie zwischen den Zelten eventuell was? Oh ja, tatsächlich, ich habe ne, scheiße, ne Uzi. Echt? Ist das die Haze 3, die wir haben? Weiß nicht, zeig mal, ich kann sie ja mal picken, beziehungsweise kannst du mir zuschmeißen, die eine, dann habe ich auch wieder eine. Bist du hochgelaufen, hast dann oben irgendwo Zelte gefunden, oder wie? Ähm, Haze 3, Seidarm, ja. Seige mal. Da sind, da sind sogar 17 Schuss drin. Ich muss ja gerade mal droppen, gell? Hinter dir. Ach so, da bist du. Drop. Der Spieler kommt, der sei jetzt tot, ich sag das. Der ist kaputt. So, jetzt haben wir zumindest beide Malozis. Hier sind weitere Zelte. Das ist echt geil. Oh Gott. Oh mein Gott, ich habe so ein verficktes Glück. Schau mir den Klick. Schau mir den Klick. Ich habe so viele Klicks. Schau mir die Klicks. Schau mir den Klick. Schau mir den Klick. Wuhu. Bist du? Ich bin hinter dir. Brauchst du dafür noch Munition? Bum, 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 bum. Fünf Schuss habe ich. Okay, pass auf, pass auf, gut bleiben. Drück mal bitte auf deine Pistole, ne? Rechtsklicken, dann mach mal Unload. Dann kannst du mir schon mal die, auf deine Uzi meine ich. Dann kannst du mir schon mal die Munition von deiner Uzi geben. Und ich habe, glaube ich, Munition für dich dabei. Warte, ich heb mir das kurz auf. Schau mal kurz, erhält sich deine Munitionsmenge, wenn du... Rifle. Was für eine Munition brauchst du? Klick mal auf deinen Teil. Da siehst du dann die Ammo-Type. Ich brauche Ammo-Type 12-Gauge. Ach, das ist ein Schrotwinde? Okay, scheiße. Ich habe hier nur für Rifle. Für Rifles dabei. 5,56 Millimeter Rifle-Ammo. Scheiße, ich dachte, ich kann dich jetzt voll überraschen mit Munition. Wir verkaufen einfach die eine Uzi, die wird vielleicht ein bisschen was wert sein. Und es reicht für Munition. Ja. Ja, also diese Gauge-Munition habe ich auch noch in dem Dingmarkt. Schrotflitten-Munition, kann ich denen auch geben. Aber ich nehme an, dass wir jetzt eh hier im weiteren Fall auch wahrscheinlich dann noch was finden werden. Also wie viel Schuss hast du? Boah, hier liegt... Hier liegen Bandagen und Pain-Pillen. Ja. Ich gucke kurz, was die... Die Pain-Brillen... Die Pain-Brillen bringen etwas mehr, gell? Oh. Oh, ach so. Oh, shit. Fuck, uns hat was gehört. Okay, nicht rennen, nicht rennen. Geduckt bleiben. Ach du Scheiße, wenn das jetzt so ein Riesenvieh ist und wir sind... Das müssen wir voll abknallen, das Kackwee. Ich habe eine Pumpe mit 5 Schuss. Ich habe jetzt 55 Schuss, dann führt die Uzi durch deine Munition. Ey, da oben liegt noch eine fettere Waffe, ne? Eine M4 oder sowas. Eine Snipe, ich glaube eine Snipe ist das. Alter, eine Snipe. Immer mit einer Bandage. Bringt nur 100, shit. Ich habe mal zugegriffen, gell? Hast du, war da Munition auch schon dabei? Ja. Ah, da hinten ist nochmal Munition. Alter, das ist perfekt, das ist ne... Hoho! Uh. Dann gebe ich dir jetzt wieder deine, deine... Die Uzi zurück. Da können wir beide verkaufen. Achso, du hast auch noch einen dabei? Ja, die, die ich die ganze Zeit dabei habe. Ich habe sie ja nur vorhin... Angeloadet. Ja. Okay, dann, dann... Ich glaube auf dieser Etage sind keine Zelte. Guck gerade, was habe ich denn jetzt hier... Ach, ich will jetzt nicht hier stehen bleiben und dumme in die Waffe reingucken. Oh, wir brauchen immer dringend was zu essen, ne? Ich verhungere gleich. Also bei mir fängt gleich der Hungertod an. Nochmal Zelte. Hier liegt was. Hast du dich schon voll gefuttert eigentlich? Was ist denn das? Keine Ahnung, ich guck mal, was es bringen könnte. So, wenn es unten liegt... Kann es sich zusammenhängen. Ah, okay. Zum Nähen oder wie? Kann es sich zusammenhängen, lange nachdem es sich umgezogen hat, kann es sich umgezogen werden. Keine Ahnung, was ist... Was ist das? Ich kann es auch nicht auswählen oder... Hat? Ne. Keine Ahnung. Ich verstehe, ich brauche dringend was zu futtern. Ja, ich auch. Ich habe... Ich schau mal kurz. Jetzt habe ich noch Chips. Ne, ich habe alle schon aufgefressen. Shit, shit, shit. Bei mir ist jetzt gleich der Kreis komplett fort. Um die Flasche. Das Spiel ist echt hart. Also man hat wirklich Probleme. Kann man sich Essen kaufen? Äh, ja. Für Geld? Äh, ich... Obwohl. Essen kaufen. Ich weiß gar nicht. Ey, weißt du wie geil es jetzt ist? Was... Da unten läuft ein Viech. Aber die Snipe zittert wie... Es zittert damit wie ein Kind. Sie pffft. Aber wenigstens habe ich jetzt durch die Schmerzpillen jetzt wieder 525 live. Wie viel live hast du? Äh, 500. Okay, hast du da ne... Ich habe vorhin eine Bandage genommen. Okay. Hier liegt wieder ein bisschen Munition. 5,56 Amo, das... Ah, das ist doch für dich, oder? Das brauchst du... Moment, für die Snipe brauche ich die, ähm...